hallo leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem let's play wir spielen war we make the white pga tour ich habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen aber ich bin auch in den einfachen einstellungen ich habe jetzt schon ein paar turniere gespielt auch eins geworden mit minus 25 nach vier zahlen ich habe aber jetzt so eingestellt dass wir hier noch so eine blaue linie haben wo der ball dann wirklich aufkommt ihr könnt mir aber gerne in den kommentaren mal schreiben wie ich die ausstelle ich weiß nicht wie ich die ausstelle aber jetzt spielen wir erstmal hier die ea turnier hier ja und dann legen wir mal los da sieht man den rowey mckelroy er ist schon ziemlich gut so ich nehme heute an dem 25.7 auf um 15.35 das hat man oft das sehe ich immer bei einem anderen let's player das erst kein bild dann kommt jetzt kommt ein bild da ist schon länger da und wir spielen auch nicht immer äh 18 laufer spielen nämlich immer bei vier runen 18 laufer habe ich keine lust da diese blaue linie wenn ihr wisst wie man die ausstellt bitte sagen ich habe irgendwas umgestellt leute ich konnte nicht immer mit x vorher ist ja jetzt egal das ist ja egal leute erste folge So, ich denke mal, den machen wir. Ja. Ich habe wirklich die ganze Zeit mit X gespielt. Dreimal, wo man dreimal X drücken muss. Aber ist ja egal. Wenn ihr wollt, stelle ich auch die Kommentatoren aus. Mit diesen blauen Linien, wie stellt man die aus? Schreibt bitte in die Kommentare, weil das ja eigentlich viel einfacher ist. So, guter Abstab, 323 Yard, sauber. Verstört euch auch nicht, dass ich jetzt hier schon spiele. So. Das ist jetzt der Ball. Wartet mal. Ich spiele einfach mal so. Wer so flach fliegt, deswegen kommen sie so um. Voll Backspin. Ja, der war gut, der Schlag. So. Auch diese Put-Dinge von einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so. Yes, Leute, hör mal. So. Und die Spots, Ring und Green. Ich spiele einfach mal ein Problem. Gehen wir doch mal einfach drüber. Komm, zieh. Zieh, 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 schade. Aber brauchen wir nicht mehr so nennens einen. Manchmal muss man irgendwas hier wegdrücken. So, weiter geht's. Ah, der war gut. Der war gut. Der war sehr gut, Leute. Der ist ein schwerer Put. Ja. Oh, Mann. Ah, locker. Minus 3 nach 6. Okay, passt. Harris englisch führt. So. Ist das ein reachable Part 4, Frank? Um schon Platz englisch. Da passt der doch. Guter Abschlag. Gute mir auch immer ein Let's Play von Lehrer Let's Play an. Jede Folge eigentlich. Heute auch wieder. Er hat die erste Runde von den Players Championship gespielt. Oh, da haben wir gegen Farnis. Grüße dich, Lehrer Let's Play. Ich spiele ja auch selber Golf. Jedes Handicap-Singer hab ich. Aber dieses Jahr spiele ich nicht so gut. Ich hab nur sehr gut, aber jetzt Golf dann mal wieder. Jetzt machen wir hier mal den Wallen. Ich könnte dich einfach so. Oh, 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 oh. So wie ich bin. Seifis unter 1, 2, 1. Wo muss ich dir passen? Ne, der passt eh nicht. Ist zwar ziemlich dürmisch, vielleicht hört ihr den Wind. Nein. Ich fühle mich gut hier. Naja. Ich hoffe, wie mit der Aufnahme klappt alles. Ich hoffe, wie mit der Aufnahme klappt alles. Passt doch. 341, das ist klar. Ja. Wieso? 220 Meter fast. Spin! Da ist auch der letzte Lauf, den ich gerade einzieht runter. Machen wir mal so. Und passt ja? Nein. Schade. Ach du scheiße Leute. Das war einfach schlecht Leute. Das war einfach schlecht Leute. Ich bin so vierter. Ich bin so vierter, habe ich es englisch geführt. Und dann Oglevy. Rampsny, der Club. Ja Oglevy habe ich schon live gesehen hier bei unserem Golfclub. Ziemlich langer Spieler, der wird weit. So, die zweite Runde wollen wir die noch spielen. Aber wir können ja erstmal die erste Folge 10 Minuten lassen. Und dann stelle ich jetzt nochmal irgendwas um. Und dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe euch, hat die erste Runde gefallen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich alles hier umstellen soll. Ja, ich grüße euch. Ne? Ja. Genau. Ja oder. Also, da wird kein Schowloid.